komm ja noch jo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft jumpdown endlich ist die scheiße runde vorgeworden ich wollte natürlich viel für mario natürlich ist natürlich beste ja endlich ist die scheiße voll ich wollte gerade schon eben bedwars aufnehmen 4x2 blablabla aber ey leute diese teammates man ihr glaubt es nicht entweder leften die bauen irgendwie den eigenen weg ab oder irgend so eine scheiße mal ey sorry aber das geht nicht man hätte ich auch nichts mehr für ok unge ist ganz ok kann man mal machen nicht meine lieblingsmap aber ja ich bin nicht mein erster so habe ich mir viele herzen ist das erste mal was ich heute spiele hier kleine misstgeburt gg auf jeden fall keine herzen habe ich auch nicht die lager die lager sie sind ja voll im trend so ganz viele buchstaben hier so richtig unnützig im lang zu haben aber wie soll sie machen ist ja nicht mein ding ne ich habe fast keine herzen mehr die lager so halb ist herz ok da hat natürlich eine die pflanze für sich entdeckt schlaues kind den trick kenne ich auch die pflanze kenne ich mittlerweile ziemlich gut hier ich weiß wo ich runter standen muss aber naja so geil natürlich habe ich wieder nicht gewonnen nur dritter ja gut telefon klingelt aber ich geht es nicht ran ich muss jetzt zocken dass es gibt man muss allerdings man muss natürlich prioritäten im leben setzen und das ist die behinderte map die ich kenne alter ich hasse das mit diesem verdammten eisblock nochmal so richtig scheiße rutscht man wer hat so eine scheiße gebaut ganz ehrlich den sollte man glaub ich auch auspeitschen oder so meine fresse so oha ich bin sogar erster aber ich hasse die map ich kann da nicht spielen drauf das ist so eine behinderte map man das ist gleich mal ein ende vielleicht die ist auch so lang weißt du aber ich bin mit bisschen abstand vorne schon mal etwas gutes ja natürlich bisschen regenerieren wenn ich auch wieder bisschen herzen habe ich will einfach ich will nicht nochmal oben anfangen müssen bei dieser scheiß map da habe ich jetzt keinen box drauf soll ich den gönnen ich gönne mir mal oh shit hätte ich Glück man resistenz das scheiß eis man irgendwann rutsche ich einfach noch runter weißt ne ok die Lara holt auf soll also machen kann von mir aus gewinnen ist mir scheiß egal solange diese scheiß map vorbei ist ich werde natürlich trotzdem mein bestes geben aber ganz ehrlich leute ich gönne dir den sieg gönn dir ich hasse die map auch ja die ist so kack ich wurde vierter nur ja gut scheiß drauf leute ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns morgen wieder um 18 uhr haut rein und ciao